Hey Leute, Andi hier, willkommen zu Part 3. Wir sind quasi genau an dem selben Punkt angelangt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar ist das der Bossfight gegen ihn. Und ich habe eine Runde vor ihm gemacht und habe kurz bevor ich draufgegangen bin, herausgefunden, was wir machen müssen. Denn ich dachte mir so, okay, es ist irgendwie weird, dass wir die Patties aus der Venning-Maschine holen müssen. Und ich habe gesehen, dass diese Box hier Pulled Pork Burger hat. Und die, mysteriöserweise, lassen sich braten. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir machen jetzt mal damit einen Burger. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich dachte mir, ich nehme euch mal mit auf die Reise. So, 1, 2, 3, 4, wir müssen ausweichen. Boah, ihr über alles, was im Weg. Diese Zombies, ihr nervt ein bisschen, um ehrlich zu sein. 1, 2, 3, 4. Wirfst du, du wirfst nicht. Tomaten noch schnell drauf. Seid ihr fertig? Ihr seid noch nicht fertig. Das gibt uns, boah Junge, das gibt uns Zeit, mal diese ganzen Zombies hier umzulegen. Hi, Aua, du auch noch, komm. Ihr beide, seid ihr fertig? Ihr seid fertig. 1, 2, das sieht nämlich schon besser aus. Das ist das, was wir vorhin hatten. Ich wollte gerade sagen, du wirfst doch gleich. Zack, drauf. Komm, 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 draufwerfen. So, du stirbst. Du stirbst, du wirfst jetzt, ne? Ja, okay, jetzt können wir den Burger machen. Zack, zack. Please work. Explodier, explodier, explodier. Bitteschön. Yes, it works. Geil, 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 geil. Okay. Wo kann ich die Patties hinlegen? So, dass ich die schnell aufgehoben bekomme zwischendurch, weil wir müssen die Burger machen. Einer dahin. Eins, zwei, ja, ich hab drei Fleischpatties. Oh, ist das Problem. Ich bin gleich tot. Ich muss mir was aus dem Automaten ziehen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Burger der im Endeffekt haben will. Snack. Snack. Okay. Straight on the thighs. Okay. Boah, ich liebe das, wenn du so langläufst und dann bist du irgendwo aus Versehen blockiert. Wo kann ich die denn hinlegen? Ich schmeiß jetzt einfach mal hier rein. Das müsste passen. Boah, Junge, ich krieg so viel Damage einfach. Das ist Wahnsinn. Aber, wenn wir uns ein paar Riegel mitnehmen, dann müsste das passen. Ansonsten nehme ich mir die Riegel einfach nachher mit. Hi. Okay, wir haben das drauf. Wir brauchen noch die anderen vier Zutaten. Aber ihr werft jetzt alle. Und ich kann mir den Damage nicht leisten. Boom, 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 boom. Okay, sind alle. Du wirfst jetzt, ne? Okay, 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir jetzt einen der Patties, den ich gerade nicht hochgenommen habe. So, bevor wir den Burger fertig machen, wir wissen ja, dass die wir zerstören können. Töten wir mal dich. Wir töten dich, dich und dich. Hier spawnen auch wieder welche. Na, natürlich trifft mich der. Okay. Alright. Yes, der gehört uns. Ausweichen. Guten Appel, Junge. So, nächstes Burger. Patty, was nach unten geht. Ja, ja, so. Salat kommt drauf. Dann kann ich gleich eine Viererkombi machen. So, boah, das werden immer mehr, Junge. Holy shit. Wie viele Burger willst du denn? Oh, shit, Junge. Das ist richtig viel gerade. Hier komme ich nicht drum rum. Ich weiß gar nicht, wie das für euch zu zuschauen ist. Für mich zum... Aua. Spielen? Geht das eigentlich echt? Normalerweise, okay, ich kriege voll die Kopfschmerzen von. Zwei, drei, vier. Ich weiß, du wirfst. Okay, ihr beiden. Du. Ihr beiden. Bam, 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 bam. Ihr alle? Warum auch immer ich dafür Damage bekommen habe? Ich verstehe. Wirfst du? Nee, du wirfst nicht. Das kriege ich noch hin. Danke. Guten Appel, Junge. War es das? Yes. That's all, folks. Eee. So, wir nehmen uns erstmal die ganzen Memorabilia. Damit fangen wir doch mal gerne ein Part an direkt. Die ganzen Memorabilia, die hier rumliegen. Habe ich eigentlich noch meine... Nein, ich habe meine Karte nicht mehr, die ich vorhin gekauft habe. Goddammit. Egal, da fahren wir ganz viel hier von. Wir süffeln mal etwas davon. Krass. Okay, hier haben wir... Kassette. Hm? Iso-Peter is an organism that feuses with PT, the Broadway Pig animatronic. Iso-Peter has an incisional hunger. After rampaging through the facility for several days, he found his way into a burger-bomb simulation stage that was under repair. Construction workers were fixing up the building. Me and my team were working on a large quantity of AR units. When all of a sudden, Peter burst in. He devoured the entire construction group. All of my scientists. And dozens of AR units. Lighted in the walk-in. I heard the screams of my friends and my co-workers since they were massacred. After hours, I finally emerged only to find Peter overburden and fused to the floor. He couldn't reach me. And I made it all to the only... The only survivor. The employees and also lives were simply wiped from the records. Their history as a company erased. Their families had no idea they even worked here. And now... I'll never hear from them again. Pericom must be. Pericom must be. You have a guide. In your Wohnung you can build new things. Okay. That's just mysterious. Okay. I can't take anything anymore. Alley, hop. Eee. Sorry, Petey, ich wusste nicht, dass drei lecker gebratene, verfaulte Burger dich zum explodieren bringen. Habe ich noch einen Patty dabei? Ne, ne? Ich habe nur was zum Heilen dabei. Jesus Christ, das war ein sehr interessanter Bossfight. Vor allen Dingen so randomly zwischendurch. Ich hatte nicht damit gerechnet. Und wir können raus. Ja, das nenne ich doch mal einen explosiven Schlacht. Jetzt freue ich mich einfach nur Softdrinks abzufüllen und Kekse zu machen. Du wurdest frittiert, aber nur zweimal. Und ich frage mich, was wir jetzt craften können. Maximal, was ist da oben? Kann ich da hoch? Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß gar nicht ob man das vor dem Bossfight findet aber im Endeffekt ist es auch hart gruselig Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Laufmechanik ist echt in Ordnung Ich weiß auch nicht was wir mit der Energie da unten wollen Ich bin gespannt wie es weitergeht, damit haben wir ja quasi Piet Aber ich habe am meisten Angst vor Happy Gott diese Halloween Deko ey Und gucken wir doch mal was wir craften können und vor allem was wir brauchen Weil wir haben ja jetzt ein bisschen Geld Ich habe ja Gott sei Dank nicht so viel ausgeben müssen Aber ich habe meine ganzen Memorabilia verloren Na gut, ist okay, der eine Chip Wenn du Fleisch zu lange draußen rumliegen lässt, verdirbt es Macht aussehen, ansonsten könntest du dich ja übertrieben preppen So, ich brauche übrigens den Ist hier eigentlich was in der Ecke? Ne, ne? Was bist du denn? Kann ich da dran? Oh mein Gott Okay, aber mit vier kann ich die auch bestimmt benutzen, oder? Haa, Interior Spray Legen wir das mal in die Wohnung und gucken mal Ne, du kommst mit bin ich in die Wohnung, vergiss es Junge Dein Kleiderschrank spricht Bleib mal da liegen Jo, what the fuck Das ist ja richtig Silent Hill 4 Feeling hier Lass mich erstmal ganz kurz unter die Dusche Yes, weiter geht's Bevor jetzt hier noch ein Bossfight startet Hi Achtouche Hey, du bist E7? Wer bist du? Was? Cow hat deine Worte? W-Why are you looking at me like that? Oh, right I'm kinda just a talking head Say You don't know what's going on, do you? Right Well I'm an artificial intelligence cybernetic organism Or a robot, if you will E7 was a human like you Throw all three of those ingredients into the obscurest fabricator And watch the magic happen Right before your very eyes Oh, diese Batterie Normale hatten wir schon mal gefunden First place on keypad press green button when prompted be quick Power source needed for device sometimes in the vending depot Warte mal, wir hatten doch so eine oder nicht? Die hatte ich eigentlich irgendwo hingelegt Da müssen wir uns wohl nochmal irgendwo eine snacken Okay Aber crazy, dass das hier hinter so ist Und was für Trophäen ich auch immer gekriegt habe Das können wir nicht lesen FM Transmitter Ähm Wie unterbrechen wir die Frequenz Drücke den grünen Knopf Steel and sell carries these Müssen wir mal gucken Okay Okay, wir brauchen auf jeden Fall diesen FM Transmitter, den die haben Ähm Power source Dann brauchen wir eine Batterie Und wir brauchen diesen Adhesive Ähm Okay Ist das hier eigentlich das, was wir craften können in der eigenen Wohnung? Ich guck mal, ob wir irgendwas anderes noch anklicken können, aber sieht schwer nicht danach aus Was ist das hier? Escape Land Im Museum gibt's Okay Eine komische Tür Burger Bombe hat er schon gecraftet und so Boah Ist crazy, was hier alles abgeht Das sind vermutlich auch die Zettel von ihm, schätze ich mal Ich lasse euch die mal gerade, dann könnt ihr die lesen, wenn ihr möchtet Wir sind auf einer Insel, sei vorsichtig Okay, die Zettel verschwinden nach und nach Okay Könnt ihr auf jeden Fall lesen, wenn ihr Bock habt Ich muss jetzt einmal ganz kurz schlafen gehen, auf welch ich mich frage, wo wir craften können Hier nicht, hier nicht, hier nicht Oder ist es wirklich dieser Raum gegenüber, dass wir craften können? Okay, das kennen wir schon, ja, das sind einfach nur die, die wir gefunden haben Kann ich eigentlich, nur muss aus Neugierde He has lost the ability to perform his tasks in the restaurant, staring listlessly at burning patties It's a wonder he hasn't burnt the place down I've observed the same deterioration in the radio host Maverick Cooper Most of the other test subjects have perished or disappeared by E7 I will be ordering the extraction of Toe and Maverick when I depart So, dann gehen wir mal eine Runde schlafen Und machen am nächsten Tag mal ein bisschen die Arbeit Den Grill hat ich ganz schön warten lassen So, ich bin jetzt mal gespannt, ob dieser, ob der Drink im Kühlschrank weg ist Weil wenn ja, brauchen wir unbedingt einen größeren Rucksack, ja, ist weg, okay Das heißt, alles, was wir nicht in der Hand haben, geht weg, wenn wir schlafen oder sterben Und aktuell haben wir die ja noch Und ich werde jetzt Die Sachen mal hier hinlegen Zumindest einen, den anderen lege ich bei mir Sieht weird aus, ey Ich frage mich, was wir uns mit den Münzen kaufen können Also, wir sind ja allgemein noch, habe ich das Gefühl, relativ am Anfang Und sag mir bitte gerne, ob ihr Bock auf mehr habt, weil ich Also, ich würde das Spiel auf jeden Fall platinieren Das macht einfach wirklich zum Spielen viel zu viel Spaß, ganz ehrlich Aber, okay, wir werden aber auf jeden Fall als erstes jetzt mal Das Ding hier zusammen craften Was auch immer das ist Oder haben wir hier irgendwas zum Craften Auch, nee, ne Wir werden mal schauen, ob es im Steal & Buy irgendwas dazu gibt Steal & Sell heißt es nicht, Steal & Buy Und dann gucken wir mal, was wir machen können Creepy, ey Jan, komm, wir müssen zur Arbeit Du hast wieder was, was du nicht machen musst Und wenn ich vergess mit interagieren, kannst du mit Objekten interagieren Und was soll ich denn interagieren? Warum gebt ihr mir jetzt diesen kryptischen Tipp auf einmal? Ich meine, hier komme ich ohne Code nicht rein und in Hier komme ich ohne Code nicht rein und Da auch nicht Oder wollt ihr, dass ich mit dem Ball auf Jan werfe? Aber nur, weil ihr das wollt Das ist Jans Raum hier Don't open sleep inside Joik Doch irgendwas musst du mit dem Ball auch machen können Oder meine die Türen hier unten Ja, das sehe ich genauso, ich finde wir sollten mal irgendwann einbrechen Oder du verratest aber deinen Türcode Dann kann ich deine Bude raiden Room Raiders Sie ist die Anführerin der Buds Ihr kennt sie alle Und sie ist jetzt endlich wieder hier Und was macht sie da? Creepy Aber die Ladezeiten gehen dafür, dass es PS4 ist Zumindest bei manchen Aber jetzt gerade lädt er ja voll die Riesenwelt So, beim Steal & Sell schauen wir nachher mal vorbei Wir werden jetzt erstmal ganz schnell auf die Arbeit jagen Und ich werde mir die 2 Dollar mal sparen Und ich bin gespannt, ob wir jetzt ein neues Rezept kriegen Weil, ähm Den ersten Bossfight können wir ja nur an Tag 3, glaube ich, mittlerweile machen Also es ist mittlerweile Tag 4, aber gestern war Tag 3 Und äh Deswegen kommt man so langsam nach und nach da rein Ich glaube, als nächstes müssen wir uns irgendwas craften Weil wir das quasi gerade freigeschaltet haben Und damit kriegen wir bestimmt den nächsten Hinweis Um die Story weiterzumachen Und wir werden nachher unbedingt bei meinem Steal & Sell vorbeischauen Und ich meine, ich habe da auch eine Batterie gesehen Und ich meine, in diesem, äh, Automaten Wäre auch die Batterie drin gewesen Als kaufbar Also wir brauchen Kleber, wo auch immer wir den herkriegen Wir brauchen eine Batterie Und wir brauchen den FM-Transmitter Um hier irgendwie weiterzukommen Bin sehr gespannt Nach dem Bossfight Der hat mich ein bisschen Geduld gekostet Gebe ich zu Weil du läufst einfach unfassbar schnell Little did you know You had a coworker No, 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 no I mean, no, I don't mean that a tow guy I mean the other guy who kept everything lying behind the scenes Be quiet No, no, no Thank you Du Sack Jetzt kommst du auch noch mit sowas Ich, ich, ich sag ja nicht Wir machen das graduativ immer und immer und immer und immer schwieriger So, reinwerfen kann ich euch schon mal Die beiden schmeiß ich gleich so drauf Was bist du denn? Oh mein Gott, der Staubsauger-Roboter Wie geil Ja, ich find den auch süß, Jan, ich weiß Ich find den auch süß So, wir stempeln uns ein Machen Ey, ich hab keine Ahnung was wir mit diesem Alarm meinen Aber wir werden es zusammen rausfinden, Leute Zeit für die nächste Burgerschicht Leute, habt ihr eure Fritten parat? Es ist wieder Montag, aber wir halten durch Oh ja, das macht natürlich Sinn So, ich schmeiß noch mehr davon rein, weil aktuell kommen ja noch keine Kunden Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, das Ganze aufzufüllen Da sind die ersten Kunden, Jan Ich hoffe, du schmeißt den Grill an Und tritt dich auf den Staubsauger-Roboter, danke Yes, herzlich willkommen zu Happy's Humble Ich mach mal das Radio an Was kann ich für dich tun? Im Radio ist nur Scheißmusik, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für dich Was möchtest du, Jun? Shake oder ein Softdrink? Ich glaube, das kriege ich hin Das ist ja nichts Warmes So, ein Shake, ein Softdrink Stellen wir schon mal die freche Tüte auf Der Grillschirmflamm, schalte die Appliance aus Jan, dort ist ein Job Ja, hab ich doch, oder nicht? Ja, perfekt Jan steht den ganzen Tag vorm Grill Aber, mein Gott, der Wow, Alter Da Aber immerhin wissen wir jetzt, wie wir mit euch umgehen müssen So Das ist alles an Und du kannst gerne deine gemischte Tüte mit Cola und Shake mitnehmen Gar kein Thema, hier So, damit wird deine Bestellung erledigt Hier, gönn dir Ich schmeiß das einfach mal Es sind ja nur Getränke Okay Fries, Hotpie, Hotpie Einen davon kannst du auf jeden Fall Ah, ich hätte euch anstellen sollen Egal Kann ich noch ein Hotpie reinschmeißen Hotpie Okay Frieden Gar kein Thema Und Anna mit Äh, ja, Frieden Frieden Wieso, wo kommen eigentlich 15 Leute? Ihr wisst doch, dass ich dich hinkriege Müsst, dass ich dich mittlerweile in der Stadt mal rumgesprochen haben Nimm den Müll in der Nähe der Hintertür und bring ihn raus Warum? Warum ist das ein Notfall? Und wo ist denn der Müll in der Nähe der Hintertür? Oh ja Ich verstehe, ganz wichtig natürlich Was war da unten? Das gucken wir uns nachher mal an, wenn wir Zeit haben Das ist natürlich richtig wichtig Was ist das hier? Seht ihr das? Was ist? Zählt das schon? Ja, jetzt Ihr habt das auch gesehen, was dazwischen ist, ne? Da kümmern wir uns gleich mal drum 1, 2 Dieser Staubsauger-Roboter, meine Herren 1, 2 Ding Dong So Ich wette, dass wir noch ein Hot Pie machen müssen Deswegen ich So, was möchtest du denn? Happy Deluxe, Hot Pie und einen Shake Wieso will keiner von euch Kekse, Mann? So, dann machen wir den mal zu Für den Hot Pie Oh, der hat jetzt schon wieder die Pleinses ausgestellt Leute Leute, so kann ich nicht arbeiten So, wird der Keks schlecht, wird der halt schlecht Ich muss ein Happy Deluxe braten Jan, Kobi Mein Gott, ich habe die doch gerade angeschaltet Was ist denn verkehrt mit euch? So, Shakey Shakey Hands of Snakey Ein Burger Patty Joink Und dann 1, 2, 3, 4 Toppings Joink, 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 joink Oh, der Hot Pie ist fertig Perfektes Timing Kommst du wohl Oh, die ist jetzt schon wieder Ja, maximal wichtig So Oh, die Pleinses können anbleiben Oh, Alter Chillt der da einfach neben der Türe So, das ist der eine Oh, 4 Stück Wie soll ich das denn machen, Junge? Oh, 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 oh Hi Happy Ich höre den Burger Oh, schon wieder brennt Junge, Junge What the fuck is going on? Wieso kriege ich den Müll hier nicht rein? Oh, shit Ey, ich werfe den schon maximal hoch So, rein mit dir Oh, Happy isn't Happy Kann ich auch nicht vorwerfen Wat geht nicht? Benutz deine Taschen So, Happy's Deluxe Hot Pie Shake Was haben wir denn jetzt hier? Hot Pie ist drin Ja, wir haben kein Licht Ist egal Der Laden ist eh scheiße Jupp So, der Burger ist tot, ne? Ja, das wundert mich nicht Und ich glaube, es liegt daran, dass ich den Müll nicht schnell genug rausgebracht habe So, bitteschön Oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder? Der Scheiß Ah, Happy Müll Challenge Jetzt weiß ich aber immerhin, wie ich das am besten mache Heppa Ey, ich muss springen Ansonsten kriege ich den nicht hier hoch Wie soll ich den sonst machen? Das war eins Kann ich eigentlich mehr als einen davon mitnehmen? Ja, Gott sei Dank Das macht die Sache deutlich einfacher Yes, geschafft Petty 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 Yes, Petty So, das wäre es glaube ich Dankeschön Boah, noch 7 Sekunden Oh, das war heng Junge Seid ihr eigentlich schon vergammelt? Nee, Gott sei Dank. Okay, was möchtest du denn? Fries, Salmon Nugget und einen Softdrink. Da muss ich zumindest nichts machen. Fries, Salmon Nuggets. Bing, bing. Und einen Softdrink. Kann ich eigentlich mittlerweile das Licht mal bitte wieder anmachen? Nö, 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 nö. Benutz einfach die Taschenlampe. In dem Restaurant wollt ihr bestimmt alle essen. Nee, das brauche ich nicht. Geh mal weg. Ja, un momento por favor. Der Grill steht in Flammen. Schaltet die Geräte aus. Das ist doch mal eine schöne Meldung. Jan, ey. Shit davor. Das ist fein. Okay, was möchtest du? Fantastic Fouls. Oder halt nix. Jan, ich muss sagen, das war wieder eine fantastische Schicht von dir. Ich, äh, oder auch immer der Sprinkler macht. Ich, äh, bin so froh, dass du mein Arbeitskollege bist. Also, ich weiß nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Und der Grund, warum ich diese Extraaufgaben mache, ist. Ich. Den brauchen wir bestimmt irgendwann auch den Sprinkler. So. Ich, äh, ihr habt ja gesehen, wir brauchen das Geld. Und die Extraaufgaben gehen, ja. Ich würde aber trotzdem gucken, ob wir jetzt was zu kaufen bekommen. Jupp, 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 jupp. Upsa. So, ja. Ich kann auch dieses Mal nichts mitnehmen und die Memorabilie... Hi. Hallo. Okay, das heißt, ich kann dich nicht so triggern, wieso... Will you survive this dark and dreary night, Where shadow hath turned into a sea, An ocean of regret, In which you now drown. Okay. Now, come on, buds. Giving up isn't in our nature. Many have fallen by my side, And still many more. Du scheiß, Alter, ey. So, das Radio geht mir jetzt aber viel zu sehr auf und sagt, Das war witzig für heute, aber... Halt da mal. Ähm. Können die anderen auch reden? Nee, der kann unböse gucken. Könntest du auch für die... Hör mal, ich muss Müll aufsammeln. Hier ist einer. Hier ist einer und da vorne ist, glaube ich, die Salmonellentüte, ne? Nein! I'm having none of this. Dann machen wir doch ganz kurz die Rattenfallen draußen. Ah, Jan, kannst du schon nach Hause gehen. Also, wie immer eigentlich. Kannst du reden? I'll help you fast, happy old pal. Whee! Okay. That's pretty cool. So, zack, zack, zack. Was ist das hier? Ach schon, das ist diese komische Kanne. Kann ich die essen? Ich... Ich... Auf was für den Trip bin ich denn hier? Ach du Scheiße. Also, ihr... Ihr... Seht gerade nicht doppelt. Aber so ist ungefähr die betrunkenen Vision. Ich glaube, ich hätte das Scheißzeug, was auf dem Parkplatz hier irgendwo rumgammelt, vielleicht nicht trinken sollen. Aber... Man lernt immer wieder dazu. So, dann haben wir hier vorne noch eine. Oh, die... Oh, meine Energie ist down. Aber richtig. Ich laufe auch langsamer. Das merke ich richtig. Da vorne ist, glaube ich, noch eine Falle. Ich weiß aber, dass ein Kaffee uns... Ich glaube, der Riegel gibt uns aber nur Leben dazu. Aber egal. Ach nee, wir haben zu Hause. Ja, naja, komm, scheiß drauf. Ja, okay. Der gibt uns auch Energie dazu. Sehr gut, weil jetzt sind wir nämlich wieder deutlich schneller. So, wir haben, glaube ich... Alle... Äh, sehe ich genauso. Alle extra Aufgaben erledigt. Wir Glocken raus. Bye. Ich bin dann mal weg. Okay, du kannst leider nichts sagen. Hast du noch was zu sagen, Happy? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hier war ich ja auch noch nie. Ist das Kinder... Ist das die Kinderspielecke hier? So wenigstens versteckt ist, ey. Schade. Kann ich vielleicht hier rein? Das wäre echt witzig. Aber ich glaube nicht. Oh, doch. Aber ich glaube, ich kann mir nicht reinjumpen, ne? Kann ich ihm... Nee. Nee, kann ich nicht. Schade. Das wäre... Farmer John. No one can escape the eventuality of their fate. No one. Jesus Christ. Farmer John, das ist nicht nett. Okay. Wir gucken aber in diesem Part auf jeden Fall noch. Wir haben den Boss belegt. Wir haben eine weitere Schicht geschafft. Aber ich möchte auf jeden Fall noch rausfinden, ob es vielleicht irgendwo Sachen gibt, mit denen wir irgendwo bauen können. Ich glaube nicht, dass sie mir das in dem Handbook geben, was wir von Happy Week gekriegt haben hier. Second Edition. Ist das, weil ich gestorben bin? Das wäre echt witzig. Okay. Tschüss, Jan. Bis später. Okay. Nein. Okay. Nein. Okay. Nein. Okay. Nee, da war nichts, ne? Nee. Okay. Gut. Dann gehen wir mal einkaufen, würde ich sagen. Also erstmal gehen wir verkaufen, aber... Wir brauchen Kleber, eine Batterie und die FM-Station. Geile Karre. Würde mir stinken, wenn Leute hier drauf rumspringen würden. So. Hier wurde mir gesagt, dass es hier was dazu gibt. Ihr seid nur Menükarten. Menükarten. Ihr alle seid es nicht, was jetzt die Batterie hier drin ist. Aber da kommen wir aktuell irgendwie nicht ran. Von daher gucken wir mit dem Automaten mal. Transmitter-Chip brauchen wir nicht. Kann ich das so bedienen? Nee, schade. Aber so, ne? Komm schon. So. Chip-Box brauchen wir nicht. Nein, nein. Nein. Keine Vase. Kamera brauchen wir auch nicht. Hier wäre eine Batterie. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal eine. Aber gibt es hier noch den FM-Tuner? Nee, ne? Doch. Das sieht für mich aus wie ein FM-Tuner, ne? Nehmen wir ihn einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht. Wir brauchen jetzt nur noch Kleber. Wo auch immer wir den herkriegen sollen. Hm. Aber erst mal muss ich wieder ein bisschen Patte machen. Schade. Oh, dein Bild ist im Boden gewandert. Ich wollte schon sagen, ey. Wo können wir Kleber herkriegen? Mädchen, kannst du mir sagen, wo ich Kleber herkriege? Okay. Ich würde mal ganz gerne diesen Transmitter-Chip eigentlich noch mitnehmen. Aber ich habe keinen Platz. Und ich kann die Sachen irgendwo hinlegen. Und wenn wir das jetzt umsonst gekauft haben für den nächsten Part. Aber irgendwo her müssen wir doch den Kleber kriegen. Ich meine, hier in die ganzen Läden können wir nicht rein. Aber ich meine, hier gibt es noch eine Bar, wo wir hin können. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier reinschleichen. Das wäre cool. Hier in der Bar. Gab es da nicht Kleber? Ich habe irgendwo, irgendwann mal Kleber gesehen, glaube ich. Aber frag mich nicht mehr, wo. Hallo. Geht vielleicht Kleber hier irgendwo? Okay. Keine der Klotüren ist offen. Das wird sehr früh ein Verderben für euch, Freunde. Okay. Kaffee, Kaffee. Ihr habt nur Kaffee, ne? Guckst du so, ey. Ich hätte sie an auf dich, wenn du so weiter... Lass mich raten, ist dieselbe. Ja, okay. Das kann ich mir also sparen. Das heißt, die Batterie würde ich theoretisch auch hier finden. Aber... Ich brauche noch Kle... Leleleleleleleber. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal nix. Habt ihr Kleber hier vorne? Ne. Ihr spielt nur so, als wenn euch die Gitarren zusammenkleben würden. Aber ansonsten habt ihr hier nix. Ich kann mir nicht vorstellen, in das Museum komme ich auch hundertprozentig jetzt noch nicht rein. Vielleicht in dem Heilungsladen da vorne. Ansonsten muss ich nochmal lesen, was die da reingeschrieben haben, was den Kleber angeht. Schlaftabletten. Okay, ihr habt noch Schlaftabletten. Ja, hör mal, du kannst ja noch lange warten, wenn ihr keiner auftaucht. Kann ich vielleicht über den Hintereingang rein? I love Refrigerators! Können wir hier irgendwo rein vielleicht? Oder aufs Dach springen oder so? Weil gerade mit diesen ganzen Trucks hier hinter... Das sieht doch mega so aus, als können wir hier irgendwo rein. Äh, laufen wir... Ja, das, ne? So, ja. Ja, 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 ja. Kann ich das hier hochfahren, ne? Schade. Ja, wow. Aber ich glaube, ich kann auch hier rüber da wieder hoch springen. Da brauche ich das Ding da hinten, finde ich. Oh, was haben wir denn hier? Dumm, Andy, der nicht springen kann, haben wir hier. Komm ich da vielleicht so hoch? Ah, schade. Das wäre cool, dass man sich quasi hier so hoch bauen kann. Okay, haben wir den Mülltonen irgendwas? Nope. Ich weiß, dass das aussieht, wenn wir da hochkommen könnten, aber da kommen wir nicht hoch. Okay. Ich glaube, er hat sich ausgeklebt. Und hier ist auch sonst nichts. Gehen wir mal nach Hause gerade noch. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ansonsten müssen wir am nächsten Tag nochmal schauen. Vielleicht kann ich die Items auch schon abgeben, weil ich... Hab sie ja im Endeffekt jetzt, ne? Müssen irgendwo den Kleber herkriegen. Ich meine, ich könnte sie auch im Inventar belassen. Das Problem ist, ich habe nur vier Inventarslots. Und ich würde ganz gerne mehr haben, weil ich dann auch ein paar Sachen permanent drin haben muss. Aber wenn ich Burger mache, habe ich eigentlich keine Zeit, permanent mich links und rechts rumzudrehen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben Kleber irgendwo schon gehabt. Ansonsten nehmen wir uns den direkt für das nächste Mal mit. Oder lag der hier irgendwo drin? Sonst muss ich gleich nochmal nachschauen. Oder wir machen es so, ich gehe jetzt mit euch duschen. Das war eigentlich nicht doppeldeutig gemeint, aber gönnt euch. Ist kein Problem, kommt ruhig mit. Ich bin nicht schüchtern. Und dann speichern wir beim nächsten Part. Bevor wir den Part beenden, gucken wir mal. Aber ich meine, ich habe das irgendwo gesehen. Wir gucken nur ganz kurz. Ganz, 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 ganz kurz. Weil das wäre ziemlich cool. Ansonsten machen wir das das nächste Mal. Starten wir direkt damit. So wie in dem Bossfight, wo ich einfach nur gehofft habe, dass das funktioniert. Ich habe da glaube ich noch ein, zwei Mal... Oh, die... Oh, ihr seid immer hier. Das ist ja cool. Und unsere Energie geht runter, wenn wir krass viel rennen. Okay, hier ist nix, ne? Joik! Oder der Kleber ist in irgendeinem anderen Raum. Das wäre vielleicht, dass man ihn nur kriegt, wenn er mal zum Beispiel beim Nachbar ist. Weil im Burgerladen habe ich ihn nicht gesehen, in den Geschäften habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, falls es euch einfällt, schreibt es unten rein, weil ich werde jetzt erstmal eine Woche warten, bis ich wieder aufnehme, weil ich muss jetzt sechs Tage durcharbeiten, das ist... Das sind glaube ich nur diese Deluxe-Dosen, ne? Das sind die verschiedenen Figuren, da muss man auch irgendwas machen können. Bobozellenbatterie, die finden wir auch in dem Laden. Oh mein Gott! Yes, bitte! Dann haben wir jetzt alle Items dafür. Äh, ne. Der sieht nur, dass ich nachher was mache, was ich gar nicht machen dürfte. Ich dachte, die Pflanze wäre ein Typ. Okay, damit haben wir doch eigentlich alle drei Items, ne? Gucken wir doch mal. Ja, ja, witzig. So, die müssen glaube ich alle drei hier rein, ne? Eine Batterie und ein... Yes! Let's go! Dieser Schein auf der Batterie. Okay, wie viel Uhr haben wir? Okay, einmal machen wir das noch. So, ich bin gerade vom Einkaufen wiedergekommen, das ist der falsche Raum. Und wir gucken jetzt mal, ich habe mir zwei von den FM Audit-Transmittern mitgenommen, dass ich zur Sicherheit nochmal das Ganze testen kann. So, lesen wir nochmal, bevor wir das letzte reinwerfen. Place on Keypad. Press green button when prompted. Be quick. Das hier wird hoffentlich der grüne Button sein. Was soll denn der grüne Button sein, Freunde? Okay, machen wir das Ganze so. Ich nehme mir mal die Sachen in den Inventar. Ich muss unten nur noch einmal Kleber holen. Und ich finde das bis zur nächsten Episode mal raus. Wir speichern nämlich jetzt mal mit den Sachen. Dann kann ich nämlich mein Safe immer wieder laden und verballern ich meine ganze Kohle dafür. Weil ich habe gerade versucht, das Ganze immer zu drücken, aber es ging irgendwie nicht. Warum auch immer. Aber wir haben die drei Sachen. Und ich werde das mit euch im nächsten Part mal machen. Wir duschen allerdings nochmal kurz vorher. Sicher ist sicher. Und die Sachen bleiben im Inventar. Von daher, wir sehen uns in der nächsten Episode Part 4, wo wir rausfinden, wie man diese Sache zusammenbrutzelt. Und ich werde dann mit euch eine weitere Schicht Arbeit mir gönnen. Und wir werden rausfinden, was wir mit diesem Item, was auch immer wir herstellen, anstellen können. Von daher, haut da rein. Ich freue mich auf euch nächsten Montag. Sagt mal Bescheid, ob das für euch so passt, diese 30, 40 Minuten Montagsvideos und Freitags. Aber dafür regulärer. Weil so nehme ich einfach anstatt 1 Stunde 20 einmal auf quasi 2, nehme ich quasi 2 Episoden auf. A 35, 40 Minuten. Der ist ein bisschen Ausschläger, glaube ich. Aber so ist das Ganze consistent. Und ich glaube, es ist euch lieber, dass ihr 2 Videos A 40, 30 Minuten bekommt. Anstatt 1 Video in 1 Stunde, Stunde 10. Also ich glaube, dass es so entspannter ist. Und schreibt es mir unten rein. Ich habe bisher schon positives Feedback dazu gehört. Ich freue mich drauf. Und wir sehen uns Freitag oder Montag. Ciao, ciao.